Hi, ich bin Feli, 15 Jahre alt und aktuell in Kalifornien, in der Nähe von Sacramento. Ich gehe nach Disneyland und ich bin schon richtig aufgeregt. Ich werde euch auch mitnehmen. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ich bin auch schon gespannt, wie es läuft. Aber ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.